Meine Herren, heute sehen Sie mich bläserhaft waschen und ich mache das Bett für jeden. Und Sie geben mir einen Penny, ich bedanke mich schnell. Und Sie sehen meine Lumpen und dieses dumpige Hotel. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie ihn lieben. Und Sie wissen nicht, mit wem Sie ihn lieben. Aber eines Tages wird ein Geschrei sein am Hafen. Und man fragt, was ist das für ein Geschrei? Und man wird mich lächeln ziehen bei meinen Gläsern. Und man fragt, was lächeln die dabei? Und ein Schiff mit 8, 7, 50 Kalonen-Bewenkei. Und man sagt, geh wisch deine Gläser, mein Kind. Und man reicht mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr wohnen in dieser Nacht. Und Sie wissen nur noch nicht, wer ich bin. Und Sie wissen nur noch nicht, wer ich bin.